Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Also, liebe Leute, in Folge 100 sind wir dann hier mit der ersten Challenge durch. Das geht. Dann haben wir auch schon ein bisschen Übung. Also, ich würde sagen, wenn wir zu lange dranhängen, dass wir dann den Game-Mode benutzen. Ja, ja. Irgendwo sollte definitiv ein Limit sein. Spätestens dann, wenn es keinen Spaß mehr macht. Ey, warum schaffe ich den Sprung denn nicht mehr? Nein! Ich habe soweit geschafft. Ah, jetzt. Aua. Nein, ich habe vergessen zu sprechen. Wie schafft man den, Alter? Das kann doch nicht sein. Und tschüss. Übrigens, Mario, das nennt sich Karma. Aua. So. So. Nein! Oh, endlich, ey. Oh. Oh. Toll. Nimmt Anlauf, springt aber nicht. Danke, mein Craft. Nein! Ach, fuu, Alter. Nein! Warum fängt das denn hier die ganze Zeit wieder an zu laggen? Das kann doch nicht wahr sein. Aua! Zeigt mir zwar 59 Frames an, aber laggt. Also, ich nehme mit ganz Stimmen hier 30 Frames auf. Ja, ich weiß nicht, was bei mir los ist. Irgendwie fängt er an zu laggen hier ständig. Ach, Mist. Ist ja auch irgendwie lustig aus, oder? Bis hier schaffe ich das. Äh, jetzt bin ich hier oben. Ist das jetzt ne neue Challenge, oder nicht? Ja, ist es. Ja, bist du. Okay, dann musst du da warten, und wir haben jetzt 5 Minuten. Alles klar, 5 Minuten. Viel Spaß. Ja! Jetzt muss ich noch da rüber kommen, ne? Und dann darf ich da hinten hin, ne? Du musst nach da oben, links. Ja! Ja! Das Problem ist, ich kann von hier oben noch so ein bisschen zugucken. Hallo, Nick! So, jetzt, jetzt da, da darfst du dann, jetzt darfst du da rüber fliegen. Wo du nicht hinkommst. Hier hin? Dahin, ne? Ne, nicht dahin. Dahin? Ja. Aha, okay. Das ist nämlich schon ein schwieriger Sprung. Oh, ja. Ja, schon. Ich würde von der anderen Ecke springen. Von der hier, oder was? Ja, von der rechten Seite abspringen, da hast du einen kürzeren Weg. Stimmt. Aber wie gesagt, der ist, der ist auch mir oft ein bisschen Lungen. Ich schaue nebenbei auf die Zeit. Das ist aber nett. Ich weiß, so wie immer. Wer macht da eigentlich Striche? Ah, Mann. Wenn wir jetzt schon anfangen mit Punkte zählen. Kannst du gerne machen. Ich, ich, ich mach einfach mal. Ich bin ja jetzt als erstes oben dann... Springen doch. Mein Gott, ey. Tage willkommen, oder wat? Hast du... Arthritis, oder... Arthritis, oder... Das wird sein, bin ich mir fast sicher. Arthritis, oder Arthritis? Arthritis. Oh, dieser fucking Block da, ne? Oder B-Tritis, oder C-Tritis. Das ist mir egal, ob sie auch so springen. Haha, ha, 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 ha. Ahem. Ja. Na, ach, Mann. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fließt das lustig. Ja, ja. Ja, ja, Rage Taur trifft's gut. Ja. Irgendwie schon. Das Ding hat seinen Namen zurecht. So, drei Minuten noch. Hoppla. Weißt du, der, der gris... Was meinst du, was der hier erst gleich anfängt zu ragen? Der kommt da ja gar nicht hin. Schnauze. Ja, ja! Weißt du, ich verstehe diese Leute nicht, die so viel Glück in ihrem Leben haben können, ne? Und wenn du dann wieder nach rechts springst... Ja. Dann würde ich dir raten, spring direkt durch nach schräg rechts rüber zum Nächsten. Beziehungsweise guck erst mal, wo der ist und geh dann nochmal zurück und spring dann durch. All diese Leute eigentlich rüber. Der ist da hinten, ne? Ja, hinten rechts bei den Pinöbeln da. Ja, da muss ich doch erst auf den... Was meinst du, Gerhard? Da muss ich ja erst auf den unteren und dann... Ich spring über den einen immer drüber weg. Ja, du musst auf den unteren Glowstone-Block. Aber ich würde dir tatsächlich raten, nochmal zurückzugehen. Zu dem, wo du gerade hergekommen bist. Ja. Und von dort aus dann zu springen und nicht anzuhalten, sondern durchzuspringen tatsächlich. Weil dann ist es ein bisschen einfacher. Okay, gut. Dann halt nicht. Ja. Das springt immer so komisch, lustig. Ja, äh, ja. Boah. Schafft. Alter, so ein Rotz. Tja, dein Pech, dein Ideen. Ja, Alter. Eine Minute noch. Auf dem letzten Stein. Wie habe ich das denn eben so gemacht? Ach, Leck. Lalalalalalalalalalalala. So, 30 Sekunden. Ja, komm. Mir doch egal. Chris hat jetzt schon wieder richtig Bock. Ja, komm, ich komm schon mal rübergeflogen. Das ist ja Quatsch. Mario, du musst, guck mal, wo die Dings lang geht. Du musst oben rechts, von dir aus gesehen, müsste so ein roter Block sein. So, damit wären wir durch. Soll ich die Herren hier hin tp'n? Kannst du. Kannst du machen. Wie war das? Erst der Name. Erst der Name, der teleportiert werden soll. Ach ja, genau. Get Games. Warte mal, ich glaube, ich habe noch ein Befehl drin sogar. Was ist das denn? Ich sehe nichts. Gott, ist der weit weg. Ich habe schon, ich habe tp'd. Okay, alles klar. Hier dürft ihr nicht springen oder Shift drücken, weil sonst werde ich direkt zurück teleportiert. Komplett. Okay. Wir sollen das hier hinten gehen. Was dürfen wir nicht drücken? Und wie komme ich jetzt wieder zurück? Äh. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ich habe keine Ahnung. Ja, gut. Das ist natürlich, kann man keins. Das ist alles nicht so optimal. Was kann man? Ich habe jetzt gedacht, man könnte ein Spawnpoint oder so setzen. Hm, ja, könnte gut funktionieren. Ja, aber wie soll man denn hier vorne dann ohne Sprinten durchkommen? Weil da ist doch, ach, scheiß doch die Wand an, ey. Oha, also wenn du sprintest, dann ist es vorbei, oder was, ey? Ja, und wenn du Shift drückst. Dann setzt der dich sofort zurück. Hä? Warte mal. Kommt man da jetzt wieder hoch? Ah ja, du kannst, äh, mit Slash Spawnpoint kannst du den setzen. So, jetzt gebe ich direkt einmal Slash Kill ein und probiere das. Ja, funktioniert. Kannst du mich? Das heißt, wenn ihr da unten seid, oben... Ja, dann tp mich mal bitte. Hm. Stimmt, so hat Team Pizmit das ja auch immer. Spawnpoint und Slash Kill. Hä? So, einmal tp, Nick. Ja, so, jetzt gibt's da einfach Slash Spawnpoint ein und dann setzt der den. Chris genauso. Kann man mich auch mal hoch teleportieren? Ja. Jetzt Slash Spawnpoint, ja. Ja, und dann kriegst du auch die Meldung, Spawnpoint wurde generiert. Äh, Nick, ich hab das geschafft. Nein. Nein. Unbekannter Befehl. Ja, ja, da vorne wird's schwierig. Äh, Gertz, Spawnpoint. Slash. Ach ja, wir hätten das auch machen können. Ah, doof. Ach, shit, ey. Nein, macht er bei mir nicht. Macht er bei dir nicht? Ah, ich glaub, ich weiß auch warum. Warum denn? Alter, wie macht man denn den Sprung? Oh, Pala. Warum kann ich dich nicht zum OP machen? Keine Ahnung. Gerd, müsste doch schon OP sein, oder nicht? Also killen kann ich, Gerd. Moment, Gerd, Games. Und zum Operator. Ja, dann kannst du jetzt, müsstest du Spawnpoint machen können. Ja? Ja, dazu muss man mich aber erst teleportieren. Ja. Oh. 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 Bitteschön. Geht das jetzt mit Spawnpoint? Ja. Klingt gut. In dem Moment, wo er das macht, ist er runtergefallen. Wie geil ist das denn, Alter? Also Gerd, kein Shift und kein Renner, ne? Ja, ja. Aber ich muss ja sagen, also wir haben ja, wir haben ja eine andere Adventure-Map mal geübt und der Gerd, der, äh, macht sich hier richtig gut. Oh, Entschuldigung. Äh, Gerd, einfach slash kill. Dann landest du automatisch wieder oben. Nick. Können Sie mal weggehen? Danke. Nick, bist du gemutet? Ey, jetzt hab ich da volles... Ich bin gemutet. Ah, jetzt, jetzt hör ich dich. Hast du so gerade... Ja, toll. Sag das doch, ja. Hast du mich, hast du, hast du mich etwa beleidigt, als du rund, als ich dich geschubst hab? Nee, hab ich nicht. Ich hab nur, ich hab nur, als du deinen Runden hinterhergefallen bist, gesagt, Karma. Ebenfalls Karma. Ja. Alter. Ey. Ich glaube, es wird noch schlimmer, ehrlich gesagt. Habt ihr, habt ihr den Beitrag gelesen von Metropole Ruhrgebiet? Ja. Mit rüber geflogen. Ja. Es ist falsches Update eingespeist worden. Morgen kommt, äh, Update, beziehungsweise die, äh, Karte wird komplett nochmal von den Rechnern gelöscht und neu installiert. Da ist, äh... Ja, steht doch schon in der Bibel. Ja, man hat im... Vergib ihnen, denn sie wissen, weiß nicht, was er tut. Ja, man hat angeblich im Hause Aerosoft ja auch niemanden mehr erreicht, äh, der hätte was tun können. Könnte vielleicht daran liegen, dass die auch irgendwann mal Feierabend haben. Oh, ey, diese Einersprünge sind einfacher, aber der Zweier ist richtig asozial. Ich hab den eben auf Anhieb geschafft. Nein, den hab ich doch gerade eben hinbekommen. Das Problem ist, da oben kommen dann nochmal Fiese... Alter, du bist so... Oh, Alter, ey. Ah, nein! Ach, das... Ah, Mann! Hey! Oh. Was denn? Alter, nicht im Ernst jetzt, oder? Doch. Jetzt hab ich noch einen Merkut, weil ich dir geholfen hab. Äh? Ich hab ich noch einen Merkut. 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 Ich hab ich noch einen Merkut.